Hauptschule, 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 6663! Ich war ganz gut mit meinem Freund zusammen, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Es kam total unvorbereitet und überraschend. Wir wollten es eigentlich am Anfang überhaupt nicht. Deshalb haben wir doch dazu entschlossen, das Kind abzutreiben. Jawoll! Ich bin der Norte! Ich bin der Norte! Ich bin der Norte! pt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020